Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Azurek und diesem kleinen Infovideo zu Bethesdas vorhin erst releaseten Creation Kit zu ihrem Spiel Skyrim. Und ja, es wird bestimmt nicht Bethesda ausgesprochen, aber mir eigentlich ziemlich Latte. Auf jeden Fall haben die Jungs ja ein ziemlich geiles Spiel rausgebracht, ein Rollenspiel namens Fearless Quads 5 Skyrim, das habt ihr bestimmt nicht verpasst. Und jetzt haben sie auch heute am 7.02. ihr Creation Kit rausgebracht und als kleinen Bonus oben drauf High-Resolution-Texturen zum Download, zum kostenlosen. Und erstmal, was ist das Creation Kit? Das Creation Kit ist halt einfach ein Riesenprogramm, ein Editor, mit dem ihr eigene Mods machen könnt. Hört sich jetzt so einfach an, aber dieses Programm ist wirklich sehr mächtig. Ihr könnt damit eigene Spiele in dieser Engine machen. Ihr habt eigentlich die gleichen Werkzeuge, die auch wirklich die Skyrim-Macher hatten. Und da kann man wirklich ziemlich krasse Sachen mitmachen. Das beste Beispiel war Nerim, könnt ihr mal googeln. Das war ein eigenständiges Spiel zu Oblivion. Wurde eben auch mit dem Editor gemacht. Und das wurde von vielen Leuten besser bewertet als das Hauptspiel. Also, es ist sehr mächtig. Zusätzlich gab es eben die High-Resolution-Texturen. Da gehe ich einmal ganz kurz als erstes drauf ein. Denn ich möchte euch in diesem Video eben nur kurz mal zeigen, wo man das jetzt alles herbekommt. Denn das ist ein bisschen verwirrend, finde ich. Und wir wollen uns das einmal gemeinsam anschauen. Also, erstmal bin ich hier bei Steam drin. Sollte man ja erkannt haben, langsam. Und ich habe jetzt die Elder Scrolls V Skyrim-Seite hier mal aufgerufen. Und wir scrollen mal ein bisschen weiter runter. Und dann sehen wir hier schon Inhalte zum Herunterladen. Da haben wir jetzt dieses Skyrim High-Resolution-Texture-Pack-Free-DLC. So, bla bla bla. Klicken wir einfach mal drauf. Dann ändert sich hier nicht viel. Wir gehen einfach mal ein bisschen runter. Und hier kann man sich das auf jeden Fall runterladen. Ich habe es mir jetzt schon runtergeladen. Deswegen sind meine Buttons hier, glaube ich, ein bisschen anders. Ansonsten ganz einfach. Hier könnt ihr euch das runterladen. So, ein bisschen anders wird es jetzt bei dem Creation Kit. Wir gehen einmal wieder nochmal zurück. Und hier wäre unten dieses Creation Kit in Steam Workshop-Fenster. So, wenn wir hier einfach mal draufklicken, kommen wir halt zum Steam Workshop. Da haben wir jetzt diese ganzen Mods. Wir können das hier filtern. Wir können uns das anschauen. Und hier kann man wirklich schon mal sich die ganzen Mods herholen. Hier kann man sich noch ein paar mehr Infos einholen zu dem Steam Workshop. Aber, naja, uns interessiert eher, wo bekommen wir denn jetzt das Spiel her. Und hier eben nicht. Deswegen müssen wir jetzt auf die Bibliothek. Jetzt wird es interessant. Wenn wir auf der Bibliothek sind, das ist meine, so sieht sie aus, dann kann man eben noch hier oben draufklicken. Und ich denke mal, manche kennen das wahrscheinlich überhaupt nicht, dieses Button hier, dieses Dropdown-Menü. Denn, na, warum sollte man da normalerweise draufklicken? Auf jeden Fall haben wir hier die Auswahl halt erstmal von unseren ganzen Spielen, was wir installiert haben, was nicht, bla bla bla. Aber das Wichtige ist, Tools. Da haben wir ganz schön viele Tools und die interessieren uns auch eigentlich überhaupt nicht. Aber eins davon, das ist es, und zwar das Creation Kit. Ihr müsst vielleicht auch, falls ihr das alles hier habt, gestartet habt, Steam, müsst ihr das vielleicht einmal neu starten, falls ihr das schon aufhattet. Kann sein, dass das nicht sofort da ist, wie auch immer. Dann sollte es aber auf jeden Fall beim nächsten Mal da sein. Und, naja, das installiert ihr einfach, wie jetzt hier so. Ihr macht rechtsklick, ich will installieren. Das funktioniert hier genauso. Und das installiert auch nicht lange. Das sollte ganz schnell gehen. Und, nun ja, dann habt ihr es eigentlich geschafft. Dann habt ihr das Creation Kit. Dann sollte es auch auf dem Desktop drauf sein, falls ihr es eingestellt habt. So sieht der Button aus dafür, der Shortcut. Und wenn ihr dann draufklickt, dann lädt das in kurzer Zeit. Und dann kommt ihr hier in das Menü rein vom Creation Kit. Und, nun ja, auch ich möchte mich damit ein wenig beschäftigen. Und möchte auch dazu wahrscheinlich ein paar Videos machen. Das wird natürlich ein bisschen erstmal dauern, bis ich mich da reingearbeitet habe. Aber dann werde ich vielleicht euch auch mal ein paar Tutorials zeigen. Kann ich jetzt noch nicht direkt versprechen, wie lange das sowas dauert. Aber ich habe es eigentlich schon vor, mir da ein bisschen mal was anzuschauen. So viel dazu erstmal. Gut, ich hoffe, ihr habt das jetzt rausbekommen, falls ihr immer noch am Verzweifeln seid. Ja, woher kriege ich das nur? Oder ihr wusstet überhaupt nicht, dass das heute rausgekommen ist. Das wäre aber schlecht, weil ihr dann anscheinend nicht so oft auf unserer Seite geht. Aber nun ja, jetzt wisst ihr es. Und schreibt mal, ob ihr schon ein bisschen Erfahrung damit habt. Habt ihr schon Erfahrung zum Beispiel mit dem Oblivion Editor gehabt? Und, nun ja, ich sage einfach mal, bis zu den nächsten Videos. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.